Oh nein, doch nicht die Strecke! Oh Gott! Ist doch lustig! Ja, Imp der Cheater! Imp und Rene cheaten! Nein, den 80er kann ich nicht nehmen Ach so! Ich hab das dir jetzt eh nicht Eieieiei Gut, mein McLaren ist schwarz Wie schwarz? Ach, jetzt würden wir alle McLarens schwarz Die haben schon West als Sponsor Die sind so schnell In den letzten Jahren In den letzten Jahren Die sind so schnell und ich meine Die sind so schnell Musik Musik User joined your channel Hallo 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 Moin Musik 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 Jürgenlatz Ich lieg so dreckig, die Wand touchiert Spanien Zitzen Also ich glaube, der Impf will ein bisschen abbauen, kann ich sagen. Ich glaube, der Impf will ein bisschen abbauen. 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 Tschüss. User disconnected from your channel. Oh, pull off. Man, lass doch die Mauer in Ruhe. Ich glaube, der Impf will ein bisschen abbauen. User switched. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Fuck man, wie komme ich hier weg? Da fährt man einmal hinter einem und die Dirty Air ist so mächtig. Hallo. 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 Moin. Hallo. 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 Fährt ihr gleich noch weiter? Oder fahrt ihr gerade? 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 Okay, wie lange denkt ihr fahrt ihr noch? Weil ich bin gleich mal weg nochmal kurz. Eine halbe Stunde. Dann komme ich wieder. Eine halbe Stunde telefonieren? Bist du ein Mädchen? Na. Kann ich auch gerade fragen. Ich muss mit einem Mädchen telefonieren. Kommt dasselbe raus, oder? Ja, danke. Ja, genau. Ich bin auf jeden Fall noch online. Okay, cool. Ja, ne. Ich kann heute ein bisschen länger abkommen, weil ich morgen erst um 11.50 Uhr in der Schule sein muss. 11.50 Uhr? Megageil. Dann hab ich schon wieder vier Stunden arbeiten, oder fast schon. Ja, ich hab morgen ein bisschen schulfrei. Oh. Die Strecke ist einfach zu kacke. Ich mag die. Die ist einfach weird. Ich bin die ersten drei Runden in Cockpit-Cam gefahren und dann T-Cam. Was war besser? Ich war schneller mit T-Cam. Aber Cockpit-Cam hat sich cooler angefühlt, weil vor allem die Autos dann viel größer ausschauen. Mit T-Cam kann ich einfach besser beurteilen, wo ich gerade bin. Und demnach die Bremspunkte besser wählen. Ich mag die Strecke. Was war besser. Ich war besser. Auch die Bremspunkte.